So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke, oh mein Gott, der Hals tut weh, die Nase brennt, der Kopf, aua, 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 das ist so schlimm alles hin und her. Eigentlich war für heute das nächste Gewinnspiel geplant, weil es ist ja Dienstag, Gewinnspiele kommen immer an einem Dienstag, werden dann am Montag aufgelöst, bei Chill mit Ramses, gestern gab es Chill mit Ramses. Gestern wurde das Gewinnspiel aufgelöst mit Rüstungs-Mewtwo, zwei glückliche Gewinner, mit denen ich da noch tauschen muss und ich hatte ja schon gesagt, dass ich das doppelt hochlade, aber statt heute das nächste Gewinnspiel-Video hochzuladen, kommen mir diese News in die Quere, aber das ist wichtig, da muss man drüber reden, also setze ich das Gewinnspiel für nächste Woche Dienstag wieder an und ihr könnt euch schon mal darauf vorbereiten, denn das ist das große Thema Döner-Rates. Döner-Rates, Diner-Rates, Dynamax, Döner-Max, also ich bin nach wie vor immer noch der Meinung, da kann sich keiner drüber beschweren, denn wir haben auch die GBL in Pokémon GO. Niemand wird gezwungen, GBL zu spielen, ihr könnt GBL spielen, ihr müsst aber nicht. Trotzdem, wer das macht, hat eben nochmal mehr, neben dem normalen Pokémon fangen und neben den normalen Raids, die man so bestreitet, kann man sich auch noch messen gegen andere Spieler in der Welt, in verschiedenen Ligen, bestimmten Cups und so weiter. Das geht ohne, das kann auch mit, es ist kein Zwang, ihr könnt das nutzen und so sehe ich halt eben diese Döner-Kämpfe an, Döner-Kämpfe. Das Feature gab es die ganze Zeit nicht, das Spiel ging, jetzt gibt es das Feature und die Leute beschweren sich nur. Ich kann nicht verstehen, warum, weil ich bin jemand, der gerne raidet und mittlerweile auf dem Habanero Lime, wo ich sage, ich bin Free-to-Play unterwegs, ich mache meinen täglichen Raid-Pass weg und das war's. Außer zu Go-Fest oder sonst was, bis dahin spare ich halt meine Münzen, gebe dann mal die In-Game-Münzen aus, die auch kostenlos waren, aus den Arenen, mache mal eine Raid-Tour, damit das Spiel belebter ist. Für mich ist das jetzt Belebtheit, die ins Spiel reingebracht wird, weil du diese kostenlosen Döner-Raids machen kannst, weil du einfach hingehst, drehst so ein paar Dönerstände, Dönerbuden um, kriegst ein bisschen Dönersauce, tust sie dann für einen vollwertigen Döner wieder einlösen und kannst dann so ein Döner-Tier dir greifen. Macht doch Spaß, oder nicht? Wenn du es nicht machst, entgeht dir nichts, wenn du es machst, hast du mehr Kämpfe, mehr Raids, mehr Erlebnis da drin. Und wie man sieht, wechselt das ja auch relativ häufig. Wir haben jetzt die ganze Zeit die Starter gehabt, von der Kando-Region. Durch ein Event wurde in die Dreier-Döner-Raids jetzt Tarnel eingeführt. Seitdem Tarnel da ist, habe ich keinen Starter mehr gemacht, kein Raffel, kein Volley. Ich habe immer nur Tarnel-Raids gemacht. Vielleicht ist ja doch mal das Hunderter-Tarnel drin. Wenn nicht, ich hebe die drei besten Döner-Max-Tarnels auf. Ich habe von den Startern die drei besten aufgehoben. Vom Tarnel werde ich auch die drei besten aufheben. Und dann ist das nochmal eine kleine Sammlung, die man sich so ein bisschen zurechtlegen kann. Jetzt wechselt das aber. Die Döner-Kämpfe gehen mit neuen Kraftquellen-Bossen weiter. Chimpep, Hopplo, Memeion und Legios, der letzte kann weg, geben ihr Debüt als Döner-Max-Pokémon. Also Legios wird wahrscheinlich dann also Tarnel ersetzen im Dreier. Ansonsten werden Starter durch Starter ausgetauscht. Was aber jetzt krass ist, wir hatten die Kano-Starter und die konnten ja in dem Döner-Max-Raid auch shiny sein. Jetzt habt ihr hier die, was, Gala-Starter? Die gibt es doch noch gar nicht shiny im Spiel. Da werden ja sicherlich auch aus den Döner-Raids nicht shiny sein. Aber die Leute können gezielt die Starter raiden, kostenlos, können sich Bonbons verdienen. Wer sagt, ich möchte noch ein paar Hopplo-Bonbons, der kann Hopplo-Raids machen. Der kriegt Bonbons, der kriegt XL-Bonbons, der kriegt Sonder-Bonbons, der kriegt alles mögliche kostenlos hinterher. Kann ich absolut also nicht nachvollziehen, wieso man dieses Feature doof findet. Trainer, ab dem 1. Oktober erscheinen mehr Pokémon, die ursprünglich in der Gala-Region entdeckt wurden, als Kraftquellen-Boss in Döner-Kämpfen. Trommelt eure Freunde zusammen und stellt euch dem Kamm. Ich habe bisher auch noch keinen Döner-Raid zusammen mit anderen gemacht. Alle Döner-Raids, die ich hatte, waren bisher Solo. Also die 1er Döner, die waren ja sowieso, konntest du alleine schnell essen. Wenn du so mal einen 3er Döner hattest, da hast du halt ein bisschen länger gebraucht, den zu verspeisen. Aber es ging sich immer noch aus, alles ohne Staub ausgeben, ohne irgendwas zu pushen oder zu maxen oder zu machen. Einfach nur entwickeln, passt. Bin mal gespannt, Legios an sich wird wahrscheinlich eine Herausforderung. Zu gucken, schafft man den alleine und schafft man den mit Standard-Pokémon, ohne irgendwas zu pushen. Ansonsten konzentriert man sich auf die Starter. Was wäre euer Favorit von den Startern oder findet ihr sogar Legios gut als Döner-Boss? Dann schreibt es mal in die Kommentare. Ab 1. Oktober, da geht ja eh der nächste Monat los. Es muss bald wieder der Kalender kommen, dass wir genau wissen, welche Events sind im Oktober. Welche Raid-Bosse kommen im Oktober, welche Spotlight-Stunden. Das muss auch bald kommen. Wir wissen jetzt aber schon, dass ab 1. Oktober also die Döner-Bosse wechseln. Bis dahin, solange Tarnel da ist, werde ich Tarnel weitermachen. Die folgenden Pokémon geben ihr Döner-Debüt in Döner-Kämpfen der Stufe 1. Chimpep, Hopplo, Memeion. Wahrscheinlich ist Hopplo bei mir auch wieder der interessanteste. Brennt, ist scharf, ist ein Hase. Das folgende Döner-Max-Pokémon erscheint erstmals in Pokémon Go in Döner-Kämpfen der Stufe 3. Legios. Das mit etwas Glück auch schillernd. Legios. Die anderen aber nicht. Legios gibt es ja als Shiny seit dem Raid-Day mit Legios. Den Rest eben nicht. Döner-Kämpfe Stufe 3. Mit Döner-Kämpfen der Stufe 3 könnt ihr euch noch größeren Herausforderungen stellen. Und denkt dran, ruhig bleiben und anfeuern. Wenn all eure Pokémon in einem Döner-Kampf der Stufe 3 oder höher kampfunfähig werden, habt ihr immer noch eine Chance. Ihr feuert eure Teammitglieder an, damit sich ihr Döner-Meder schneller füllt. Im Web-Store könnt ihr für 8 Dollar Scheiße kaufen. Das macht ihr aber nicht. Also ihr bleibt aus dem Web-Store draußen. Ihr freut euch auf die neuen. Das war's schon. Peace out for our arms. Nein, das war's schon. Also das ist die Info. Dafür habe ich das Gewinnspiel abgesagt, um euch diese Info zu bringen. Ich muss sagen, ich finde es gut. Als die drei Starter drin waren, habe ich fast immer versucht, nur Glumander zu machen. Weil ich den am coolsten fand. Auf Platz 2 war bei mir Bisa Sam. Auf Platz 3 abgelegen dann Shigi. Aber als Tadel da war, habe ich nur Tadel gemacht. Und wenn die weg sind, sind sie weg. Man macht seine 2-3 täglichen Döner-Rates. Und wenn die dann wechseln, dann kann man ja trotzdem sehen, was ist denn das Beste, was man in dem Zeitraum gekriegt hat. Man kann das trotzdem vergleichen. Leute haben schon Döner-Shinies bekommen. Leute haben hunderter Döner bekommen. Das ist doch alles cool. Das erweitert das Spielgeschehen, das Spielprinzip. Jetzt wird gewechselt. Da kann man wieder sehen. Der eine interessiert dich nicht so als Boss. Der andere interessiert dich vielleicht doch schon wieder. Also ich finde Hopplo ganz cool. Ihr findet was anderes cool. Ihr könnt Bonbons rausziehen. Was ist euer Favorit? Schreibt es mal rein. Und ich bin gespannt. Denn bis jetzt gehen die Döner-Rates Stufe 3 ja trotzdem noch alleine. Was ist denn, wenn man in Stufe 5er Döner-Rate kommt? Macht das Sinn? Kriegt man die dann? Kann man dann Shiny, Shiny-Luke ja Döner-Raten? Braucht man dann wirklich? Man könnte ja bis zu 4 Spieler nehmen und dort Döner-Raten. Aber schafft man die auch? Nein, die schafft man nicht Solo. Da musst du schon pushen dann. Bis jetzt gibt es nur 3. Bis jetzt ist alles chillig. Alles smooth. Bis jetzt finde ich das Feature einfach richtig genial. Jetzt einen Wechsel nochmal. Frischen Wind reinbringen. Und ich bin gespannt, wie es mit dem Feature weitergeht. Habt ihr Bock da drauf? Schreibt es rein. Ansonsten war es das von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Peace out 4. Haut euer Ramses. Und ciao. Tschüss. 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 Tschüss.